Boxtraining im Sogamba Fight Club. In unserer neuen Halle 280 Quadratmeter Trainingsfläche, feststehender Mattenpark, Sandsackpark und feststehender Ring. Heute Training im TETA, Technik und Taktik, Deckungsverhalten nach Frontalangriff. Hier wird einstudiert, wie ich variabel mit der Deckung arbeite und verschiedene Boxstöße auf mich einwirken. Wechsel von Gerade zur Cross. Der Verteidiger muss natürlich die Deckung variabel angleichen. Die fels mit Fels. Die fels mit Fels. Die fels mit Fels. 2. 2. 3. 5. 5. 5. 6. 6. 7. 10. 11. 12. 13. 12. Vielen Dank. Vielen Dank. Ein guter Frauenanteil. Wir haben ca. 30% weibliche Mitglieder. Wir haben hier richtig gut gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank.